Willkommen bei COOLCASE, Ihr Systemlieferant für komplexe Gehäuselösungen und Metallbaugruppen. Seit über 40 Jahren produzieren wir hier am Standort Dresden elektronische Gehäusesysteme. COOLCASE setzt diese Tradition konsequent fort. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir innovative Produkte entwickelt, um den Anforderungen des Weltmarktes zu entsprechen. Testen Sie uns mit Ihren Anfragen. Professionelles Know-how in der Metallverarbeitung sowie ein umfangreiches Leistungsspektrum gewährleisten sowohl Serienproduktion in großen Stückzahlen als auch Individualanfertigungen. Neben dem Muster- und Vorrichtungsbau garantiert auch die eigene Werkzeugfertigung für Schneid, Umform- und hochkomplexe Folgeverbundwerkzeuge den zügigen Transfer von der Idee bis hin zur Serienproduktion. Wir beraten unsere Kunden auch auf dem Gebiet der Produkt- und EMV-Sicherheit sowie bei Zertifizierungen für TÜV und CE. Zu unseren Produktionstechnologien im Bereich der Metallumformung gehört neben Schweißen, Stanzen, Biegen oder Einpressen auch das 2D- und 3D-Lasern. Die mechanische Bearbeitung umfasst Fräsen, Schleifen und Erodieren. Qualität ist unsere zertifizierte Garantie. DIN EN ISO 9001 – Qualitätsmanagement in allen Fertigungsprozessen inklusive umfangreicher Mess- und Prüfverfahren – stellen die einwandfreie Leistung für den Auftraggeber sicher. Ob Bauteile, Baugruppen oder Komplettprodukte – die Montage bei Coolcase ermöglicht variable Fertigungsstufen und Stückzahlen. Coolcase ist Dienstleister für die Assemblierung von Metallbaugruppen. WIBA 2 구�ange WIBA 1 bes�� matched denn Lieblingsstation chore Unser Leistungsspektrum beinhaltet auch das Auftragen von Dichtungen sowie Sieb- und Tampondruck. Wir bieten Ihnen die Übernahme von Komponentenbeschaffung sowie Lieferantenzertifizierung an. Zu unseren Leistungen gehören neben dem Bestandsmanagement von Komponenten im Kundenauftrag auch individualisierte Verpackungslösungen oder die Lieferung direkt zum Endkunden. Hochprofessionelle Ansprüche, individuelles Design, besondere Wünsche nach maximaler Festigkeit. Coolcase realisiert Ihre Produkte.